Hallo und herzlich Willkommen zu Manuel am Abend, der neuen Folge. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Hallo, herzlich Willkommen zur neuen Manuel am Abend Folge. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Neuer Abend, neues Glück. Ja, ich laufe hier gerade noch ein bisschen und stelle mich mal hier vorne hin. Genieße noch ein bisschen die Zeit, Manuel am Abend, Freunde. Ja, ich sollte mich heute mal wieder rasieren. Werde ich auch noch tun und ja, mal schauen, wie es weitergeht. Ja, nicht? Ja, so ist das mal am Abend, Freunde. Hab da was weggepustet. Ja, für euch würde ich sagen, gibt es noch ein Filmchen und dann würde ich sagen, sehen wir uns hier bei Manuel am Abend wieder. Ja, was für ein Film es sein wird, werdet ihr dann sehen. Gestern war was von René dran und heute kommt noch wieder etwas Tolles für euch. Schaut es euch an, aber nicht von René, sondern von mir. Und seid gespannt und freut euch. Also, jetzt geht's los. Viel Spaß. Lasst euch überraschen. Los geht's. Schaut es euch an, wie es 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 geht's. Bis zum nächsten Mal. 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 Manos Leben.